Am besten springst du mal hier rüber, Arjen. Jo? Ja? Los! Vielleicht springst du mal hier rüber, oder was? Ja, hast du... Äh... Streck dich mal und so, und keine Ahnung, alles... Ja, was ist denn noch, Alter? Ja, keine Ahnung, ey. Ich mach hier grad... Und jetzt ja, Alter, was soll ich noch machen, Mensch? Sieht gut aus. Einmal im Block. Noch, oder sag ich mich noch ein bisschen... Die Hände wieder runter. Die Flossen runter. Was für ein Ding? Hände runter. Hä? Hä? Ja, die Hände sind doch unten, Mann. Ja, vielleicht gehst du mal aufs Klo und machst dich nackig. Ich mach mich hier... Du siehst aus wie so einen richtig hässlichen, Alter. Ich mach mich jetzt mal locker jetzt hier. Ich glaub, du hast noch ein bisschen Pipi an den Fingern. Mann, ich dachte, das liegt an mir. Ah! Ah! Ach so, ja. Sehr wild aus. Nee, jetzt ernsthaft. Geh mal... Ja. Keine Ahnung. Ins Bad oder was. Mach mit, ey. Das ist heute verdammt. Seltsam. Es ist noch nicht... Es ist nicht besser. Nein, ich war noch nicht da bisher. Nee, du sollst... Alter. Alter. Nein. Nein, doch nicht. Nun. Das gibt's nicht. Ich... Ich mach Spaß. Boll. Sehr gut.